Aventador S 2 Rolls Royce und da ist er der 918 wegen dem ich hier bin. Alter, Alter. Mein zweiter 918 mit Weißach Package. Innerhalb von 5 Tagen glaube ich oder 6. Alter das ist so geil, das ist jetzt schon der dritte 918 dieses Jahr. Ne der vierte. Silber, schwarz, nochmal silber und rot. Sehr geil. Und damit Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen München Vlog hier auf meinem Kanal. Wie ihr es schon gesehen habt, steht hier 918. Aber was ich die ganze Zeit gar nicht bemerkt habe, ist, Entschuldigung, dass hier noch ein GT3R steht aus der Schweiz. Deswegen bin ich jetzt hier nochmal schnell hingerollert und den zeige ich euch jetzt. Alter, das Ding ist so geil. Ich freue mich immer wieder, wenn ich einen sehen. Habe ich zwar schon gesehen, aber das Ding ist so geil. Ich mache den auch ziemlich gern. So als Auto. Nicht nur als Spot. Nice. Und hier noch ein 812 geparkt und hier noch ein 812 geparkt und hier nochmal der GT3R. Hier ist er der dunkelrote Rolls Royce Wraith. Steht jetzt hier beim vier Jahreszeiten an der Hintertür. So, ich muss jetzt nochmal zu meinen 818 gehen. Aber ich habe noch nicht alle Bilder gemacht. Und die muss man sich natürlich auch anschauen. Das ist halt sehr, sehr wild so. Ich gehe mal hier rum. Kann ja eigentlich niemanden so richtig stören. Alter, das ist schon sehr, sehr geil. Hier der Huacan Evo, der wird komplett übersehen. Hier, da ist noch der Bentley, der Qtron 6, glaube ich, war es. Ja. Und vor allem, oh, F8 Spider-Hawatt. Nr.18 sieht hier so aus der Perspektive so geil aus. Der Plan von diesem Wochenende war eigentlich, dass ich heute zum Motorworld fahre und noch nicht vlogge. Morgen eigentlich gar nicht oder nur kurz botte und dann nur vielleicht den Vlog starte und dann am Sonntag zu einem Event fahre. Aber jetzt ist halt anders gekommen. Jetzt starte ich den Vlog doch schon heute. Freitag. Ich weiß nicht, ob ich morgen vlogge, weil ich habe morgen nicht so viel Zeit zum spotten. Vielleicht drehe ich eine Runde oder so. Weiß noch nicht. Und Sonntag ist dann das Event. Da freue ich mich schon sehr drauf. So, das war es eigentlich von mir hier aus der Stadt von meinen 818. Ich habe eigentlich alle Bilder, die ich brauche. Und jetzt geht es für mich zum Motorworld. Kleiner Blick in die U-Permirage. Hier steht schon mal der Vantage-Funk gerade. So, hier sind wir an der Motorworld. Hier stehen schon ein paar Lotus rum, was eigentlich von der Werkstatt. oder was auch immer das ist. Wir haben auch eine Werkstatt. Auch eine Werkstatt. Schaut mal, was hierfür steht. Bisher noch nichts Krasse. 570. 570. MP412C. 720S. Hier ist nochmal ein MP412C. 720S. 600LT. Da hinten geht es weiter. Hier ist noch ein MP412C. 600LT. 720S. 650S. Noch ein MP412C. Und ein 765LT. Mal schauen, was sieht denn hier? Der schwarze P1. Was kommt denn da? 600LT. Nice. Auch hier ein kleiner Blick in die Garage. Aha, was haben wir denn hier? 812C. Den gucken wir mal genauer anschauen. Wenn man hier so hingeht, dann sieht es aus wie rotes Carbon. Ist es leider nicht. Aber ein schwarzer 812C. Ist so ein nicer Spot. Und da steht nur ein 488. Und hier steht noch ein 430. Da hinten kommt ein Turbo. Glaub ich jedenfalls. Vielleicht war es auch nur ein Carrera. Gerade eben ist dieser Transporter gekommen. Ich hoffe einfach mal, dass da was Gutes drin ist. Weil sonst ist hier ziemlich wenig los. Ich bin mir gerade im Moment ziemlich sicher, dass was drin ist. Aber ich bin mir gleichzeitig auch sicher, dass nichts Spannendes drin ist. Und deswegen ist bei mir immer noch gerade so eine leicht depressive Stimmung. Weil einfach überhaupt nichts los ist. Also da habe ich schon ein bisschen mehr erwartet. Klar, 812C ist nice. Aber es kommen halt keine Besucher mehr. Und ja, weil jetzt halt langsam Oktober ist. Also es werden so bestimmt noch viele kommen. Aber man muss halt genau dann da sein. Naja, ich hoffe mal, dass noch was geht. Da hinten 600LT wird in die Werkstatt reingefahren. Digga, was machen die da hinten? Wie weird wollt ihr sein? Ja, auf jeden Fall. Alter. Die Trommeln da. Sind auf einem LKW. Alter. Das ist echt weird. Was auch immer die da für eine Performance oder was das sein soll. Machen. Es sieht irgendwie sauviert aus. Ich hoffe, hier passiert jetzt mal was bei dem Transporter. Aber sonst muss ich mir das hier anschauen. Das will ich nicht. Das sind super wheels. Wir werden das wahrscheinlich so 5000 oder so. TTRS. Rallye Design. Ich glaube, der hat auch so Dings Parts. Performance Parts. Oh Mann. Es geht einfach nix. Ich will was sehen. Ja, jetzt geht hier nix. Und jetzt habe ich noch die Nachricht bekommen, dass die Ton an der Stadt steht, die ich noch nicht gesehen habe. Tja. Schade, schade. Aber ich werde da jetzt nicht hinfahren. Wenn wir jetzt nicht hier für eine Viertelstunde, eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde hergefahren sind. Das ist. Das hätte sich ja dann gar nicht gelohnt. Also ich will schon, dass es sich lohnt. Also warte ich noch ein bisschen. Aber wenn ich nachher in die Stadt fahre, vielleicht. Also vielleicht fahre ich noch mal in die Stadt. Vielleicht sehe ich noch was. Aber vielleicht fahre ich auch nicht in die Stadt, sondern direkt nach Hause. So. Da ist er. Der TT. Das ist eigentlich ne Enttäuschung, Alter. Ich will was sehen. An. Vor allem. Warte ich jetzt mal. Vor allem am Drivers Club geht halt auch nix. Also ich war da. Von mir gefühlt gar nichts. Da ist er. Aber leider nicht so spannend. TTR Bass. Naja. Immerhin hätte auch noch was. Und was noch schlimmer sein können. Da ist ein Oldtimer. Und gleich sollte ein Turbo mit Painted Bump was hinten kommen. Tada. Da kommt ein Abt. Er ist. Er ist. Q8. Er. Wow. So. Ich glaube es lohnt sich nicht mehr da zu bleiben. Deswegen bin ich jetzt schon wieder auf dem Weg zur U-Bahn. Ich denke ich fahre nochmal ne Runde durch die Max. Und dann fahre ich nach Hause. Morgen fahre ich auch ne Runde durch die Max. Und dann nach Hause. Schauen wir mal schon. Ich freue mich sehr auf Sonntag. Aber ihr fahrt da halt. Ihr R fahrt erst am Sonntag. Das ist für ein Event. Reicht ja auch. So. Bin wieder in der Stadt. 9.18 steht noch. Hätte ich jetzt aber auch nicht anders erwartet. Ich werde jetzt noch ein paar Bilder machen. Dann noch ein bisschen weiter schauen ob woanders noch was steht und dann fahre ich ein. So. Er ist gerade losgefahren. Der 9.18. Jetzt müssen wir schauen ob der irgendwo bei einem Restaurant oder so steht. Das wäre sehr nice. Würden wir den jetzt noch sehen. Weil er ist hier den Stayweg rausgefahren. Sagt man uns. Und der Pager hat wohl gesagt er kommt wieder zurück. Also ist er wahrscheinlich Essen oder so. Und ich hoffe ich finde den jetzt. Und wenn nicht dann wird mir geschrieben. Wenn jemand anderes den findet. Hier am Bayerischen Hof. Ist kein 9.18. Aber dafür dieser wunderschöne. GT3 RS. Vom Schäbchen. Und dieser schwarze Paffermandel. Hat sich auch noch sein gestellt. Vor dem Bayerischen Hof. Ich hoffe ich finde den 9.18 noch. Wenn nicht fahr ich zurück in den Max. Weil ich muss auch in die Garage. Da steht der Daytona. Boxster Spider. GT3 Touring. Alter die Qualität ist ja mal richtig geil. Oh yeah hier ist er. Alter wie lange ich mir schon wünsche den zu sehen. Und den immer verpasst habe. Richtig geil. Richtig gold. Und dann. Die Farbe aus. Natürlich auch. Nicht sehr sehr. Ich gehe mal kurz nach vorne. Alter. Das sieht man jetzt nicht so gut. Am Handy. Aber das sieht sau wild aus. So das war es jetzt auch. Eigentlich schon wieder von. Heute Freitag. Heute könnt ihr den Daytona nochmal sagen. Das sieht. Absolut geil aus. Jetzt werde ich nach Hause gehen. Sind wir so fahren mit U-Bahn. Und. Morgen werde ich dann. Mittag rum wahrscheinlich. So eine Stunde oder so spotten. Mal schauen. Aber. Für heute. War es das. Also bis morgen. Tschau. Gd3s. Und. 650s. Und dann entsteht noch ein Aventa. Und das ist kein anderer als der. Gdxm. Auch schon öfters gesehen. 812 Gds. Wer am Mandel steht. Rolls Royce. Los. So. Ich bin wieder in der Stadt. Nach meinen. Nach dem. Was ich vorhatte. Ich. Ja. Also. Ich habe mir jetzt überlegt. Ich mache das doch anders. Ich mache das jetzt als. Ein München Vlog. Freitag und Samstag. Und das Event am Sonntag. Mache ich einzeln. Ich weiß nicht. Wie lange die Vlogs liegen heute werden. Ich denke. So 10 Minuten oder so. Aber ja. Wir werden es ja sehen. Hier oben. Steht ein ziemlich nicer. Tuho. Jedenfalls denke ich nicht. Dass es einer ist. Da steht noch ein Portofino. Und hier steht noch ein. GT4. Weißer. Nice. 9 und 1 und 2. Speedstar Heritage. Den gab KW. Kennen wir aber auch schon. Nice. Jetzt ist die Kamera an. Oh yeah. Geiles Speck. Zaga Heritage Manufacture Edition. Qualität. DW9. Könnt ihr mal die Fresse halten. Dankeschön. Aventador. Rolls Royce Freak. Roma. GT3 RS. GD4 CS. Und Firth Park. Ich habe vorhin erfahren, dass hier heute wieder dieses Oldtimer-Treffen ist an der Schnecke. Deswegen bin ich jetzt noch mal hin vom Swatten aus. Wir schauen mal was hier so steht. Hier hinten habe ich schon was gesehen. Sehr interessant. Alter Saab. Er schaut sehr interessant aus. Sehr geiles hinterher. Und da hinten steht auch noch was Tolles. Hier ist er. 300L. Schauen wir mal kurz da rein. Sehr nice. Ich hoffe da kommt gleich noch was geiles. Bisher geht es hier eigentlich schon ab. Jetzt ist hier gerade so ein Rennwagen gekommen. Den will ich mir dann doch mal anschauen. Der sieht krass aus. Hier kommen gerade noch ein paar. Sehen sie jetzt keine Highlights dabei. Aber trotzdem sehr nice. So langsam kommen sie. Es wackelt leider, weil ich gehe. Aber langsam kommen die Autos. Ich hoffe es kommt noch mehr. Der Rennwagen ist übrigens ein Buick. Achtzylinder. Aber ich muss mich heute Abend mal genauer informieren. Und was genau das für einer ist. Und da kommt ein Käfer. Nice. Es kommt noch mehr. Und es sollte gleich auch noch irgendwas schwarzes kommen. Aber ich weiß nicht was. Okay es kommt doch nicht, weil es ist normales Straßenfahrzeug. Boah geil. Corvette C1 müsste es sein. Und noch ein BMW hinterher. In der ja. So das war es jetzt mit diesem Vlog. Es war noch mal, obwohl Oktober war. Wir sind es immer noch höchst. Ein richtig geiles halbes Wochenende. Das ist ja. Jetzt sieht man mich gar nicht mehr. So sieht man sich halt scheiße. Es war ein halbes Wochenende. Morgen ist ja noch ein Tag an dem für den Event statt. Da mache ich aber ein extra Vlog. Das heißt da kommt dann ein extra Video. Aber das. Die zwei Tage jetzt waren echt geil. Wir hatten. Route 918. Habe ich mir schon ewig gewünscht den zu sehen. Wir hatten einen blauen Daytona. Einen Silverna 300 L am Ende. Es war richtig geil. Und morgen ist schon das Event. Ich freue mich sehr. Und das seht ihr dann aber erst im nächsten Vlog. Und wenn es euch bei dem Vlog gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Ciao.